Wir wollen ja sehr gerne im Team zusammen spielen. Ja, schön! Hast du heute ein Goal? Ja, im Ass! Wir sind hier auf dem Klosterplatz. Es ist fantastisch, was hier abgeht. Aber noch viel schöner ist einfach, wenn man den Gesicht der Kinder schaut, das Lachen, die Freude und darum sind wir hier auf dem Klosterplatz. Es ist fantastisch! Ja, wie es Spass macht und wie es etwas anderes ist. Für den Spaß, einfach. Es ist wirklich super, die Freude bei den Spielerinnen und Spielern und beim Publikum zu sehen. Das ist wirklich gelebte Inklusion. Wir sind stolz, dass wir einen Teil davon sein dürfen. Einfach. Klar. Helvetia. Ich freue mich schon aus! Webb bemühen?